Hallo YouTube, ich bin Bini und hier findest du den Soundtrack zum Livestream im Auge des Sturms. Das Ganze wird wieder hochgeladen und freigegeben für die Open Domain. Das heißt, ihr könnt alle die Sachen runterladen und zwar völlig umsonst und kostenlos und nicht nur das, sondern ihr könnt sie auch, die Musikstücke, dann für eure eigenen Projekte benutzen. Ihr müsst noch nicht mal meinen Namen erwähnen, aber ich freue mich trotzdem, wenn ihr es dann trotzdem vielleicht verlinken würdet. Ihr müsst mir allerdings ein bisschen Zeit geben, ich werde nach und nach den ganzen Soundtrack hochladen, denn die ganzen einzelnen Musikstücke müssen noch ein bisschen poliert werden. Es ist ein großer Unterschied, ob irgendetwas im Hintergrund eines Livestreams läuft oder vorne im Rampen nicht steht und als einzelnes Musikstück präsentiert werden will. Dementsprechend muss ich da noch ein bisschen Arbeit reinstecken, dementsprechend gebt mir ein bisschen Zeit. Aber trotzdem hoffe ich logischerweise, dass euch das Ganze gefällt. Die einzelnen Download-Links findet ihr dann unter den einzelnen Videos in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann einfach reinklicken und euch das Ding runterladen. Bis dahin, viel Spaß und so weiter. Tschüss.